Die andere, die nächste, super, die nächste und die ganz die hohe. Ja, super, jetzt zeige ich den. Das ist der Daumen. Stimmt's? Den Daumen legen wir den her. So, jetzt kann der Finger schön zupfen. Wie bei Geigen. Wie bei der Geigen. Super, jetzt darfst du alle Seiten einmal begrüßen. Hallo, 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 hallo. Okay, da kommen wir so hin. Fangen wir bei der dicken Seite an. So, okay, und so. Hallo, 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 hallo. Super, bravo, gut. Okay, jetzt darfst du mal. Soll ich dir mal zeigen, wie das mit dem Bogen geht? Welche Hand? Nein. Nein. Okay, schau. Stark. Dann kannst du dir da so die Daumen hineingeben. So. Da ist der Daumen. Und die Finger locker drüber. Der Daumen darfst du nicht durchkommen. Der Daumen darfst du nicht durchschauen. Hallo, das darf er nicht. Und da hinten bleiben. Okay. Da bleibt der Daumen da drinnen. Genau. Super. Das waren meine großen. Der Daumen darfst du nicht durchschauen. Auf der Zehseite. Zeh, zeh. Magst du mal allein? Mal allein. Okay, jetzt darfst du allein. Bleiben wir mal auf dieser Seite. Super. Schau, toll. Sehr gut. Jetzt gehen wir auf die nächste noch. Sehr gut. Die Fühne lassen wir schon ein bisschen auseinander gehen. So, genau. Super. Sehr gut. Welche Seite magst du am liebsten? Welche magst du am liebsten? Welche gefällt du? Diese? Okay, dann nehmen wir jetzt nur diese da. Und dann machen wir einen langen Ton bis zur Spitze. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt geht das Flugzeug zurück. Jetzt fahren wir mit dem Zug. Eins, zwei, drei, vier. Und das Flugzeug fliegt zurück. Und jetzt läuft er alleine. Eins, zwei, drei, vier. Und zurückfliegen. Jetzt fliegen wir auf die D-Seite. Eins, zwei, drei, vier. Ach so, du hast die Hand da oben. So, jetzt geht es besser. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt fliegen wir zurück. Und wieder auf die D-Seite. Eins, zwei, drei, vier. Hopp. Und jetzt fliegen wir auf die höchste Seite. Sehr. Sehr. Und jetzt fliegen wir auf die tiefe Seite. Ui, das ist tief wie ein Bär. Oder wie ein Löwe. Ein Bär. Ein Bär. Ein Bär. Und jetzt fliegen wir auf die D-Seite. Okay. Warte, jetzt tun wir das nochmal hin. So. Jetzt kommt der Bär. Achtung. Und... Ach, viel leid. So, jetzt kommt der Bär. Schau, jetzt zeige ich dir was. Soll ich dir was zeigen? Warte. Guck mal das jetzt. Okay. Jetzt hab ich mal.